Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Dragon Ball X-Universe mit euer Jigatobi. Weiter geht es jetzt hier mit der Story und wir hatten ja in der letzten Partie gegen Bills und Whis gekämpft, aber wir haben sie jetzt besiegt gehabt und deswegen haben wir jetzt die Freiheit, ja jetzt gegen Demigra anzugehen. Es kann sogar hier sensiert werden. Es wird bald sein. Er ist endlich weg. Demigra ist zurück von der Krack von Zeit. Es ist die Revivation des Demonstrationen. Das ist... Es sieht aus, dass er bereit ist zu kämpfen, auch. Trunks, bitte, um Toki Toki zu tun. Help mich korrigieren, diese historische Verkaufung. Wo sind Sie denn? Ich werde es sehen, was ich tun kann. Jetzt, gehen Sie! Jetzt ist die Zeit. Wir brauchen Ihre Macht. Hmm. Chaos pur. Rivalenkampf. Freezer, Cell und Boo. Und irgendwie jetzt in perfekter Form und alles. Ja, das wird eigentlich Spaß. Oh Mann, ey. Ist das ein Traum? Was ist passiert? Wir haben uns aus dem Netherworlden geöffnet. Wir haben uns aus dem Netherworlden geöffnet. Hmm. Das stimmt. Ja. Oh. Meine beste Gute ist, dass jemand mit den Trägenbälen hat. Die Trägenbälen! Die Demokrassen verabschieden ihre Kraft! Ich weiß nicht, wer du mit dem, oder welchen Schicksal erhältst. Aber ich... Ich habe mich nicht geholfen, als ich... Und jetzt... Ich werde die Arten verraten und werden sie verraten. Shit, Mist. Das sie auch... Bis man da an der Pädel hocken müssen, die beiden, ne? Und da kommt auch SoGoku! Wunderbar! 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 hm, der mächtige Freezer oh, da kommt der Zell und will sein Freund helfen, wie nett boah ey, Kamera des Todes gerade okay, jetzt, ähm, da ist Zell oh, der Mächtige gut ti franch, ähm oh, der sie Okay, das war ich da. So. So. Nochmal. Ja, 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 ja. Puh, jetzt muss ich schnell wieder weg. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. So. No. Boah, hier geht das ab hier, Leute. Volle Konzentration außerdem auch. Ich kann nicht immer so viel reden, auch wenn man mir das so gerne wünscht. In Tukituli kann man das machen oder in anderen diversen Sachen. Aber in Fights habe ich immer das Problem, da bin ich nicht so multitaskingfähig. Aber das habe ich hier auch schon mal erwähnt. Das ist ja halt nicht alles so einfach. Da kann ich in jedem Spiel nur reden die ganze Zeit. Und ich will das natürlich auch schaffen. Und das würde mich sonst ärgern, wenn ich das nicht schaffen würde. Und ja. Das ist die Sache halt. Kein Bock drauf. Kann ich auch auf alles Rücksicht geben. Wir sind ja nicht in so ein Wunschkonzert hier oder so. Und... Nimm das! Ja, du bist der perfekte Cell und... Ja, okay. Mach das. Hau rein, schau. So, jetzt bin ich ganz alleine. Aber ich kann jetzt die Party nicht verlassen. Gerade voll im Bett hier im Fight, ey. Komm schon. Ja, 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 ja. Müssen wir doch den Rest geben. Ja, sehr nett von dir. Oh, der hätte es auch reingehen können, oder? Ey, das ist so eine Nervensäge. Ja, ich schieße meine Kugeln. Blöden Kugeln, ey. So. Müssen wir mal gucken, wo die jetzt stecken hier. Gerade, da oben. So. Fläsch. Oh, jetzt wieder Ausdauber. Au. Au. Diese blöden Kugeln, die nerven so. So. Und tschüss. Och, nee. Oh, man. Ernsthaft. Ist es euer Ernst? Mal ernsthaft so? Ist es euer Ernst? Wollt ihr mich jetzt richtig freuen hier gerade im Spiel? Oder was geht bei euch ab? Oh, mein Gott. Das ist ja echt böse jetzt hier. Au. Ich bin alle wieder, irgendwie jetzt alle besessen durch den Mikra, oder was? Dieser Typ, nee, den kann ich überhaupt nicht haben. Dieser Mikra. Er tut alle manipulieren und die Zeit ändern, wie es ihm geliebt und spaßig ist, ey. Wahnsinn. Ah. Komm her, du. Ja. Voll überpowert. Oh nein, oh nein, oh nein, das war mein schlimmster Fehler. Hätte wieder warten müssen, bis meine Ausdauer wieder aufgefüllt ist. Weil sonst könnte ich ja nicht ausweichen. Ja, ich werde immer gestoppt. Komm schon, Vegeta, komm wieder zu dir. Du bist doch mein Lieblingscharakter aus Drankball. Komm schon. Was sind die anderen auch cool? So wie standardmäßig aus Son Goku und so, aber ehrlich gesagt, ist mein übelster Charakter hier, Lieblingscharakter hier bei Drankball, Vegeta. Vegeta hat immer so einen coolen Style, aus seinem Ego und selber so, ich weiß nicht, ich mag den Typen. Also, seit ich den früher da, ja, gesehen habe und erlebt habe, wie er so drauf ist und alles und seine Geschichte, hier auch mit Son Goku und er selber als Saiyajin-Prinz, also Vegeta, schon echt cool. Also, ich finde ihn recht interessant und mag ihn auch so als Dragonball-Charakter, also am meisten, also darum ist es mein Favorit-Charakter, Vegeta. Beispiel mag ich auch die Form, äh, Vegeto. Ist auch ziemlich nice, wie das so aussieht und was er drauf hat und alles. Also, auf jeden Fall recht interessant. Oh Mann! Okay, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit immer reden. Gelegentlich. Okay, jetzt muss ich wieder ein bisschen, ein bisschen Ruhe. Okay, jetzt geht's wieder. Ja, ja, ja. Jawohl. Einen haben wir schon mal erledigt. So. Wir wollen Grootanks oder was? Wir wollen ja, 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 wir Na ok, das wäre zu cool gewesen, ein Triple Final Flash Ach die Sache ist ja auch noch Skull-Tanks ist ja auch noch auf den Saiyajin Level 3 So warte mal Energie Kapsel Ich hoffe so ein Goku hält noch ein bisschen aus Verdammt Ja, 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 Kugel, Kugel, Kugel Bäm Äh, na, hä, was, du, die Wand? Ist klar Nerf mich nicht mit den blöden Kugeln Mal ab, ey Okay Ach, das war so wieder so klar Bye, bye Bye, bye So So Goku, ich komme, wo bist du? Da Halt aus, halt aus, ich komme Äh Na Na Man, oh Mann Nein Noch ein Scheiß Ich kann mich nicht ausweichen So Ja Bam, 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 bam Hau mich weg Bam, okay Tum dich aus Okay Mann, oh Mann Nein, ich kann nicht ausweichen, ich muss schnell weg Ei, 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 ei Puh Ja Er kann ja unnormal viel abblocken, ne Er kann ja unnormal viel abblocken, ne Du schaffst das doch so, Gohan Du hast doch so vieles geschafft Jo Jo Hehehe Oh Mann Komm schon, komm schon, lass mich in Ruhe So jetzt Oh mein Gott So Ja 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 Mann Mann Ah. Ja Mann Mann! Verdiente Punkte. Ah, fast 20.000. Wow, aber das ging richtig ab. Ich werde die schlechten Leute holen. Und ich werde alles mit den Namekien-Dragon-Ballen machen. Aber ich werde dir den Demi-Grad verlassen. Keine Angst. Ich werde dich bald mit dir treffen. Okay. Oh, Anime-Inseek-Fans. Ja. Und zu Ende. Die Zeit von meiner Ascension ist gekommen. Die Zeit von meiner Ascension ist gekommen. Äh, okay. Ich habe es geschafft! Ich bin endlich frei! Ha, lol. Demi-Grad und... ...Belagerung Toki Tokis. Ja, und das war aber erst der nächsten Part. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und, ja. Checkt diese sonst nächstes Mal wieder mit rein. Und außerdem unten in der Videobeschreibung findet ihr auch noch die weiteren Parts. Da könnt ihr gerne reinchecken, wenn ihr wollt. Und, ähm, ja. Ich bin echt mal gespannt, wie das abgehen wird gegen Demi-Grad. Ich hoffe ihr auch. Und, ja. Haut rein! 波wind. cap. Untertitelung des ZDF, 2020